Norddeutscher Rundfunk 2021 So, weiter folgendes bei der dritte Spielsitzung Heute werden noch die erste Hauptgründe der Jungen und München 5.10 gespielt Das wollen wir nach Auslösung passieren und nach Abschluss noch die erste Hauptgründe der Jungen und München 5.10 Die erste Hauptgründe der Jungen und München 5.10 und die erste Hauptgründe der Jungen und München 5.10 Die erste Hauptgründe der Jungen und München 5.11 Richtig, richtig, richtig! Ein bisschen weniger, auf geht's! Bravo, Sarah, bravo, bravo! Der war gut, gut! Applaus Tisch 5, Vincent, Pesla, Gillesander, Pesla, Gillesander, Tisch 5 Applaus 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 Bravo, sehr gut. Bravo, sehr gut. Bravo, sehr gut.